Wenn ihr euch mit der Informatik auseinandersetzt, dann kommt ihr am Hexadezimalsystem nicht vorbei. Und wie einfach die Zahlen einerseits vom Dezimalsystem ins Hexadezimalsystem und umgekehrt rechnen könnt, das klären wir jetzt und hier in diesem Video. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, müssen wir erstmal ein paar Grundlagen schaffen und uns erstmal mit den Zahlensystemen generell auseinandersetzen. Und wir starten einmal mit dem Dezimalsystem, denn das ist das System, was uns vertraut ist. Und Dezimal, das bedeutet auf der Zahl 10 beruhend und die Zahl 10, das ist auch der Casus Knactus an der Sache, beziehungsweise das Stichwort, denn wir haben hier insgesamt 10 verschiedene Ziffern zur Verfügung, also die Ziffern 0 bis 9. Und die finden wir eigentlich überall, also wenn ihr im Kalender guckt, wenn ihr irgendwas bezahlt und den Grund dafür, den findet ihr wahrscheinlich an euren Händen, denn wir haben insgesamt 10 verschiedene Finger zur Verfügung. Und in unserem Dezimalsystem gucken wir uns jetzt mal die Zahl 8043 an und die wird euch wahrscheinlich was sagen. Kleiner Funfact am Rande, das ist die Zahl der weiblichen Studentinnen, die 2022, 2023 im Wintersemester begonnen haben, Mathematik zu studieren und dem gegenüber stehen, by the way, 10.473 männliche Studenten der Mathematik in NRW. Aber wir bleiben jetzt bei der 8043, weil die vierstellig ist und wir mit der jetzt am besten einmal illustrieren, beziehungsweise zeigen können, worum es hier eigentlich geht. Denn wir müssen erstmal das Dezimalsystem verstehen, beziehungsweise den Hintergrund und das Stellenwertsystem und wenn wir das verstanden haben, dann wird das Umrechnen relativ leicht. So, und was wir jetzt machen ist, wir gucken uns die 8043 einmal im Stellenwertsystem an, also wie wir das damals in der Schule gemacht haben und dann wird es relativ schnell klar. Das heißt, wir starten jetzt erstmal mit der rechten Stelle und hier finden wir die 3 mal 10 hoch 0 vor. Und die 10, das ist unsere Basis und im Dezimalsystem, da arbeiten wir mit der Basis 10. Also das ist die Eigenheit vom Dezimalsystem. Und hier oben, da finden wir den Exponenten. Der Exponent startet bei 0 und der Exponent sagt aus, wie häufig die Basis mit sich selber multipliziert wird, also in diesem Fall die 10. Und dann kriegen wir insgesamt 3 mal 10 hoch 0 raus. Und jetzt gehen wir eine Stelle weiter und da finden wir dann 4 mal 10 hoch 1. Also bedeutet, die Basis 10 bleibt gleich, aber den Exponenten erhöhen wir jetzt von Stelle zu Stelle jeweils um 1. Und das schreiben wir dann auch an die richtige Stelle und das müssen wir dann miteinander addieren. Dann gehen wir wieder eine Stelle nach links und hier finden wir die 0 und 0 mal 10 hoch 2 dann insgesamt. Auch hier sind wir eine Stelle weiter nach links gegangen und haben den Exponenten um 1 erhöht. Und auch das müssen wir miteinander addieren und schreiben das an die richtige Stelle. Und last but not least finden wir noch die 8 vor. Also 8 mal 10 hoch 3, der Exponent wird wieder erhöht und die Basis bleibt wieder bei 10 und das Ganze addieren wir wieder miteinander. So, und wir haben vorhin über den Exponenten gesprochen und wir sehen hier hinten 10 hoch 0 und alles hoch 0 ergibt immer 1. Das heißt, wir schreiben an dieser Stelle 3 mal 1 hin. Dann gehen wir eine Stelle weiter und hier finden wir 4 mal 10 hoch 1 vor. 10 hoch 1 ist 10. Also es bleibt bei 4 mal 10. Und dann sehen wir hier 10 hoch 2, also 10 mal 10, das ergibt 100. Da kommen wir insgesamt auf 0 mal 100. Und wenn wir die Stelle ganz links nehmen, dann haben wir 10 hoch 3, also 10 mal 10 mal 10. Da kommen wir insgesamt auf 1.000 und natürlich dürfen wir die 8 nicht vergessen. So, und dann rechnen wir das einmal aus. Das heißt, wir haben es hier einmal mit 8.000 zu tun. Also 8.000er, 0.100er und 4.10er, also 40. Und 3.1er, also 3. Das heißt, das ist unser Stellenwertsystem und damit machen wir erstmal zumindest unter das Thema Dezimalsystem einen Haken. Und jetzt springen wir mal zum Hexadezimalsystem. Und Hexadezimal bedeutet auf der Zahl 16 beruhend. Das heißt, wir haben insgesamt 16 verschiedene Ziffern zur Verfügung. Und zwar die Ziffern 0 bis 9 und die Buchstaben A bis F. Also ihr seht hier rechts das A, das steht im Dezimalsystem für die 10, das B für die 11 und so weiter. Und dann kommen wir am Ende beim F raus und das F, das steht für die 15. Und ihr seht hier oben schon eine Hexadezimale Zahl, also die 1F6B. Und ihr erkennt an dem H, dass es sich um eine Hexadezimale Zahl handelt. Und diese Zahl rechnen wir jetzt einmal vom Hexadezimalsystem ins Dezimalsystem um. Und ich kann euch sagen, die Geschichte mit dem Stellenwertsystem, die haben wir uns nicht umsonst angeguckt. Wir nehmen das Ganze jetzt mal auseinander, beziehungsweise wir schreiben das jetzt mal in diesem Stellenwertsystem auf. Das heißt, wir gucken uns einmal die rechte Stelle an mit dem B. Und wir erinnern uns, das B, das stand für die 11. Also 11 mal 16 hoch 0. 16, das ist die Basis im Hexadezimalsystem. Also das ist die große Veränderung zu unserem Dezimalsystem. Und der Exponent bleibt ganz rechts bei der 0. Also da ändert sich nichts. So, und jetzt gehen wir eine Stelle weiter nach links. Und hier finden wir die 6 vor. Und die multiplizieren wir dann mit 16 hoch 1, denn 16 ist ja die Basis. Und hoch 1, beziehungsweise 1 ist der Exponent, der sich jetzt jeweils erhöht hat. Und natürlich müssen wir das auch miteinander addieren. Und so geht es dann auch weiter. Also F, F steht ja für die 15. 15 mal 16 hoch 2, den Exponenten müssen wir wieder erhöhen. Und natürlich addieren wir das alles wieder miteinander. Und ganz links, da finden wir dann 1 mal 16 hoch 3 vor. Auch das müssen wir wieder miteinander addieren. Das rechnen wir jetzt mal aus. Und ganz rechts, da finden wir dann insgesamt 11 mal 16 hoch 0 vor. Das bedeutet 11 mal 1, denn alles hoch 0 ergibt 1. Und hier finden wir 6 mal 16 vor. Das bedeutet, wir haben ja insgesamt 96. Wenn wir nochmal an eine Stelle nach links gehen, dann kommen wir auf insgesamt 15 mal 16 hoch 2. Das sind 3840. Und last but not least die ganz linke Stelle. Also einmal 16 hoch 3, das sind 4096. Und wenn wir das jetzt alles miteinander addieren, dann haben wir eine Zahl vom Hexadezimalsystem ins Dezimalsystem überführt, anhand unseres Stellenwertsystems. Und das ist tatsächlich genau die 8043, also die Zahl, die wir uns vorhin angeschaut haben. Wenn ihr jetzt denkt, war nicht so schwer, nee, war es auch nicht. Das heißt, wir sind jetzt mit den Zahlensystemen betraut, und wir können jetzt tatsächlich eine Zahl vom Hexadezimalsystem ins Dezimalsystem überführen. Und jetzt fehlt uns natürlich noch der umgekehrte Weg, also eine Zahl vom Dezimalsystem ins Hexadezimalsystem. Und dann nehmen wir logischerweise wieder die 8043, denn wir wissen ja, was am Ende da rauskommt. Und das Ganze funktioniert, wenn wir das umrechnen wollen, folgendermaßen. Wir nehmen jeweils unsere Zahl und teilen die durch 16 und den Rest notieren wir, also der übrig bleibt, beziehungsweise den schreiben wir auf. Und das Ganze wiederholen wir immer wieder, also wir verwenden den Quotienten als immer wieder neue Zahl und wiederholen den Vorgang, bis der Quotient insgesamt 0 ist. Später, wenn wir damit durch sind, müssen wir unsere Reste in Hexadezimalsymbole umwandeln. Das machen wir später und dann das Ergebnis zusammenstellen und das Ganze in umgekehrter Reihenfolge aufschreiben. Klingt jetzt ein bisschen komplizierter, als es ist. Wir gehen es jetzt einmal durch. Also wir starten mit der 8043 und teilen die durch 16 und das gibt 502 mit einem Rest von insgesamt 11. Und jetzt verwenden wir den Quotienten, also die 502, das Ergebnis, was wir hier herausbekommen haben, und teilen das nochmal durch 16. Da kriegen wir dann 31, Rest 6 raus, also 31 Mal können wir insgesamt die 16 in der 502 unterbringen und das ergibt dann 496 und ein Rest von 6 bleibt übrig. Also die 6, die können wir nicht mehr unterbringen. Und weiter geht's mit der 31, die teilen wir durch 16 und da braucht man jetzt keinen Taschenrechner für. Die 16 bekommen wir insgesamt einmal hier untergebracht mit einem Rest von 15 und dann bleibt insgesamt übrig die 1, die teilen wir durch 16. Da kommt insgesamt eine 0 raus, weil die 16 passt nicht in die 1 rein und wir haben am Ende einen Rest von 1. So, und die Reste müssen wir jetzt ins Hexadezimalsystem umwandeln. Das bedeutet, die Zahlen 10 bis 15 wandeln wir jetzt einmal um und dann finden wir die 11 vor und die 11, das ist, ihr erinnert euch, das B und die 15, die steht für das F. Und das Ganze schreiben wir jetzt in umgekehrter Reihenfolge auf und das ist dann jetzt unsere Zahl im Hexadezimalsystem, denn ihr erinnert euch, die 1F6B, das war die Zahl, die wir vorhin vom Hexadezimalsystem ins Dezimalsystem übertragen haben und wo wir dann auf die 8043 gekommen sind. Und damit sind wir durch, das heißt, ihr seid jetzt mit beiden Zahlensystemen betraut, also ihr könnt von dem Dezimalsystem ins Hexadezimalsystem und umgekehrt rechnen. Und wenn ihr was mitgenommen habt, ich freue mich wahnsinnig über ein Abo und einen Daumen nach oben beziehungsweise jeglichen Support. Wenn ihr noch nicht genug habt, hier links, da findet ihr mein Video, wo der Unterschied zwischen einem Hub-Switch und einem Router liegt. Also wenn ihr im Bereich Netzwerktechnik durchstarten wollt, absolut ideal. Und hier rechts habe ich meine Playlist zum Thema Zahlensysteme verlinkt. Also falls ihr von den Zahlensystemen noch nicht genug habt, dann seid ihr hier genau richtig.